Moin moin, ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal. Und heute spreche ich über die Drop-Ankündigung, die Vivi uns gegeben hat. Und hier ist es der Loki-Drop. In dem Fall tatsächlich etwas, was nicht allzu viele richtig getippt haben. Viele haben ja auf Jurassic Park zum Beispiel gesetzt. Das Ganze hat sich jetzt aber nicht bestätigt. Wir sehen was weiteres von Marvel und zwar Loki. Okay, schauen wir doch direkt mal rein, was für Collectibles wir da überhaupt sehen werden. Als allererstes sehen wir dann hier dieses Collectible. Das ist einmal die Common. Dann sehen wir als zweites hier die Ultra-Rare und die Secret-Rare. Beide sind animiert, was ich sehr, sehr cool finde. Und das wird auf jeden Fall den Preis von diesen Collectibles auf jeden Fall nochmal enorm steigern. Was für eine Stückanzahl wir dann dort sehen werden, das wird auf jeden Fall noch bekannt gegeben. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Collectible. Viele finden das Ganze zwar hässlich. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr interessant mit diesem Collectible, weil es halt animiert ist. Und weil es ein Alligator ist. Und wenn man sich das mal vorstellt, im Vivi Vers kannst du auf diesem Alligator dann rumreiten. Das ist schon sehr, sehr cool. Außerdem sehen wir halt eine Secret-Rare, was auf jeden Fall auch etwas sehr, sehr Cooles ist. Denn das Master-Collector-Programm rückt immer näher und Secret-Rares werden wahrscheinlich auch nochmal eine extra Punktzahl bekommen. Das heißt, eine Secret-Rare zu haben ist auf jeden Fall nochmal ein Vorteil. Das Ganze wird am 23. Oktober, das heißt am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit, erscheinen. Und auf jeden Fall bin ich gespannt, wie viele Editions wir dann dort sehen werden. Und wir werden wahrscheinlich heute noch einen Post bekommen, wo die Edition-Zahlen dann uns auch genannt werden. Das werde ich dann aber auf Twitter wahrscheinlich reposten. Dann haben wir vor ein paar Tagen von dem lieben Trevor, beziehungsweise am 21. Oktober, vom Trevor hier ein Bild bekommen. Und er hat geschrieben, I'm nerding out over here, new rollercoaster hype. Und ja, wir wissen ja alle, Trevor ist zum Beispiel für das ganze Designen und so weiter zuständig. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, könnten wir hier nicht auch als nächstes dann irgendwann Wonder Woman sehen? Denn ich bin mal hier auf die Seite gegangen und das ist nämlich die Wonder Woman Bahn, mehr oder weniger. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, ob wir da vielleicht in der nächsten Zeit Wonder Woman hier auf Vivi sehen werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber ich könnte es mir jedenfalls vorstellen, weil Wonder Woman ist nämlich ein DC-Collectable, mehr oder weniger, beziehungsweise ein DC-Brand. Und in dem Fall könnten wir hier dann auch von DC vielleicht Wonder Woman irgendwann sehen in der nächsten Zeit. Vielleicht war das ein Hinweis von ihm. Werden wir mal schauen, ob das Ganze jetzt einfach hier nur seine eigene Promotion war, weil er das Ganze cool findet. Oder ob wir hier in der Zukunft Wonder Woman sehen werden. Ich bin überzeugt, wir werden Wonder Woman in der nächsten Zeit sehen. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt mehr im Oktober, aber vielleicht im November. Dann haben wir hier mit dem lieben Trevor von WomanX ein Interview. Und das ist ganz interessant, denn als Letztes war ja, glaube ich, Dan da. Und der hat uns ja schon sehr viele interessante Informationen gegeben. Und diesmal werden die Frauen hier Trevor ins Visio nehmen und ihm einige Fragen stellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall einiges erfahren werden. Vielleicht auch etwas, was der liebe Trevor eigentlich gar nicht sagen sollte. Aber mal schauen, müssen wir uns überraschen lassen. Das Ganze findet um 23 Uhr deutscher Zeit statt am 23. Oktober. Das heißt morgen um 23 Uhr. Und wer dabei sein will, ich packe euch den Link hier unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen und dort auch supporten. Dann hatten wir das Twitter AMA mit Omi wieder und mit Dan, Reese und David Yu. David Yu war, glaube ich, in dem Fall nicht vertreten. Aber Dan und Reese waren auf jeden Fall am Start und da sind auf jeden Fall nochmal einige interessante Informationen rausgekommen. Zum Beispiel, dass man Omi ja auch für NFTs verwenden darf. Wurde ja schon mal gesagt, aber das wurde jetzt hier auch nochmal bekräftigt. Außerdem wollen sie den Omi-Token, das heißt sozusagen die Kryptowährung, mehr in das ganze Vivi-System auch einbinden. Aber auch zum Beispiel auch ja im Vivi-Vers einbinden, dass man sozusagen dieses Virtuelle auch mehr oder weniger ins Reelle bringen kann. So sagen sie es. Sie haben ja, wie Dan immer so schön sagt, einen Fuß in der reellen Welt und einen Fuß in der digitalen. Und da wollen sie halt diesen Omi-Token und da wollen sie halt vom Virtuellen den Omi-Token mehr auch in das reelle Leben bringen und mehr nutzbar machen. Das hatten wir ja schon öfter besprochen, aber das wurde jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal bekräftigt. Außerdem soll ja das Vivi-Vers interaktiv werden und auch ein sozialer Treffpunkt werden, zum Beispiel zum Austausch über Drops. Aber sie wollen zum Beispiel auch großen Unternehmen, zum Beispiel wie Facebook, auch ermöglichen, in ihr Vivi-Vers zu joinen und dort auch sozusagen sich interaktiv mit zu beteiligen, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Denn wahrscheinlich wird man in der Zukunft, das hat Dan auch gesagt, eine Kompatibilität zwischen den einzelnen Metaversen herstellen können. Und das wird sehr, sehr cool werden, denn er hat auch gesagt, er denkt nicht, dass es ein Metaversum geben wird, sondern mehrere kleine, zwischen denen man dann switchen kann, was ich auch eine sehr, sehr coole Idee finde. Und das wird, denke ich, auch in der Zukunft so kommen. Aber jedenfalls eine sehr wichtige Sache, dass sie auch anderen Metaversen mehr oder weniger erlauben oder anderen Firmen bei ihrem Vivi-Vers mitzugestalten bzw. dort auch mit beizutreten. Außerdem, was ja schon immer eine Frage ist, warum macht Vivi kein Marketing? Und da haben sie ganz klar selber gesagt, die Community ist so stark und wir brauchen eigentlich kein Marketing. Und allein zum Beispiel durch Marvel haben sie ein super Marketing. Denn ich meine, ein Tweet von Marvel vor einem Drop und da kommen auf jeden Fall nochmal ordentlich User dazu oder werden darauf aufmerksam wenigstens. Und jedenfalls sagen sie hier, dass sie auf jeden Fall in der Zukunft Marketing planen, aber es momentan eigentlich nicht nötig ist, weil die Community halt mehr oder weniger alles fast macht, weil die Community sehr viel teilt und dadurch die App mehr oder weniger schon von selbst wächst bzw. durch die Community. Dann war natürlich auch eine Frage bezüglich Immutable X. Immutable X ist momentan sehr gut dabei. Phase 2 hat schon begonnen und gestern, äh das Interview, und da haben sie gesagt, 3 bis 5 Tage kann es ungefähr dauern, bis sozusagen dieses Reminting, also das Übertragen der Mintzahlen auch auf Immutable X, dann fertiggestellt ist. Die zweite Phase wird wahrscheinlich Ende der Woche dadurch dann abgeschlossen sein und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht. Außerdem muss keiner irgendwelche Tokens von der Exchange, zum Beispiel von Bitforex oder OKEx, irgendwie umwandeln oder auf irgendwas anderes umschieben. Das wird automatisch auf den Immutable bzw. auf den Ethereum Layer 1 umgeschrieben und mehr oder weniger müsst ihr dort nichts machen. Wenn ihr da zum Beispiel eure Omi-Token dann in das Vivi-Wallet packen wollt, dann wird das, glaube ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, auf den Layer 2 umgewandelt und dadurch dann halt auch wieder nutzbar gemacht. Dazu wird ja aber noch ein Dokument kommen von Vivi, wie das Ganze dann wirklich erscheint. Das werde ich dann auch nochmal mit euch hier ordentlich besprechen, dass es für euch klar ist, was ihr machen müsst und wie das Ganze dann vonstatten geht. Ganz wichtig aber für euch, ihr müsst keine Omi irgendwie switchen oder irgendwas mit ihnen machen. Lasst sie einfach auf euer Exchange und dann wird damit auch nichts passieren. Dann wird das einfach automatisch umgeschrieben. Außerdem haben sie gesagt, dass 50% der Arbeit, NFTs zu externen Wallets zu übertragen, fertig ist und abgeschlossen ist. Das ist auch schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, denn mit ImmutableX wird es ja dann auch eigentlich möglich, die NFTs mehr oder weniger auf externe Wallets zu packen. Und hier sind sie halt, wie gesagt, 50% schon fertig, was eine sehr, sehr gute Zahl ist, denn 50% ist schon mal die Hälfte und damit werden wir dann, denke ich auch, damit werden wir dann spätestens auch, denke ich, Ende des Jahres die Möglichkeit haben, unsere Vivi-NFTs auf zum Beispiel einen Ledger zu packen und dann dort zum Beispiel halt sicher aufzubewahren und nicht auf der Vivi-App, wo es theoretisch vielleicht möglich wäre, dass irgendwie was gestohlen wird, man gehackt wird und das Ganze dann weg ist. Außerdem wird wahrscheinlich Ende Oktober schon die erste Testphase mit MTL beginnen mit Leuten, die aus der Vivi-Community ausgelost werden, die das Ganze dann ausprobieren. Ganz kurz, MTML ist sozusagen Gem to Fiat, das Modell, das man dann seine Gems auszahlen kann und das wird wahrscheinlich Ende Oktober jetzt schon in die finale Phase gehen und das wird dann wahrscheinlich so, ja, Mitte November, Ende November möglich sein, seine Gems endlich auszuzahlen, was ich sehr, sehr cool finde und anscheinend geht es dort auch sehr, sehr gut voran. Außerdem haben sie nochmal betont, sie haben auf der ganzen Welt mit den Banken die Möglichkeit geschaffen, diese Gems dann zu übertragen. Also da müsst ihr jetzt hier auch keine Angst haben, dass wir in Deutschland das zum Beispiel ausgenommen sind. Wir sind auch in der Lage, das Ganze dann zu machen. Dann möchte ich natürlich aber auch nochmal ganz kurz auf den Omikus drauf eingehen und hier habe ich mal meine Tools verwendet, die ich persönlich verwende, um meine Preisanalyse zu machen und hier haben wir auf jeden Fall hier unser nächsten Kaufbereich. Wir sind momentan hier, das heißt, wir können hier auf jeden Fall auch nochmal ganz entspannt auf 20% runtergehen. Das ist theoretisch möglich. Ich denke mal, so wird das Ganze auch nochmal passieren, aber dann werden wir hier auch wahrscheinlich dann von dem Punkt aus hier ganz schnell wieder nach oben gehen. Da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher und wie man hier zum Beispiel auch sieht, das ist, da habe ich mehr oder weniger hier auch nochmal die Bestätigung geholt an diesem Panel, dass wir hier unten auf jeden Fall hin wollen und dass wir hier so in diesem Bereich von 0,005 US-Dollar-Cent nochmal hinkommen könnten. Das heißt, wer auf jeden Fall hier nochmal eine Kaufgelegenheit nutzen möchte, dann wäre er hier in diesem Bereich auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Aber ich bin natürlich kein Marktanalyst, deswegen ist das Ganze natürlich ohne Gewähr. Ich persönlich habe das so analysiert mit meinen Tools. Die sind auch meiner Meinung nach sehr zuverlässig. Trotzdem solltet ihr euch darauf nicht verlassen. Ich kann auch mal falsch liegen, das Tool auch. Und es ist im Grunde im Endeffekt auch immer nur eine Sache der Wahrscheinlichkeit, ob der Kurs dann wirklich hier unten hinkommt. Dann habe ich noch eine sehr, sehr interessante App-Empfehlung für euch. Für alle, die iPhone-User sind, habe ich hier nämlich die App vom lieben Cedric Morax gefunden. Und zwar wurde das nämlich auch bei unserer Telegram-Gruppe von Vivi empfohlen, von dem lieben Vivi-Versum. Daher habe ich nämlich das Ganze auch. Ich werde euch die Telegram-Gruppe natürlich mal unten verlinken, falls ihr dort gerne vorbeischauen wollt. Ist auf jeden Fall sehr cool. Da bekommt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr viele News. Da wird viel diskutiert. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, das Ganze. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Jedenfalls könnt ihr hier eure Collectibles eintragen. Und dann seht ihr mal den aktuellen Floor-Preis. Und das konnte man ja schon bei Ecomi-Wiki machen. Aber hier ist das sozusagen fest. Das heißt, das wird nicht in irgendeiner Weise gelöscht, sondern ihr könnt das dann hier haben. Und dann, wie man das hier nochmal sieht, dann habt ihr hier eure Collectibles. Könnt ihr die eintragen und dann werden die auch gespeichert. Was ich für eine sehr coole Sache finde. Denn bei Ecomi-Wiki war das immer so, dass man das eingetragen hat und dann wurde das wieder gelöscht. Comics werden hier auch noch kommen. Da steht Coming Soon momentan. Ich denke mal, dass wir so das in den nächsten ein bis zwei Wochen vielleicht sehen könnten, dass das Ganze dann dort auch mit integriert ist. Dann noch ein kurzer Hinweis. Und zwar der 12. bis 14. November ist die DesignerCon. Das heißt, es ist nicht mehr allzu lang. Wir haben momentan jetzt noch ungefähr drei Wochen bis dorthin. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. Sie haben ja auch gesagt, da sind auf jeden Fall drei Künstler schon angekündigt. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant, was wir da vielleicht noch sehen werden. Und sie haben auch noch mal betont, dass die DesignerCon ihnen auch noch mal eine sehr, sehr große Tür öffnet zu den ganzen Designern, zu ganz vielen neuen Partnern. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, was für Partner wir dann aus der DesignerCon hier mitnehmen können. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ für euch und hat euch Spaß bereitet. Ansonsten lasst mir gerne ein Like im Kommentar oder auch ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch unterstützen. Ansonsten macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.